Mysteriöse Plasma-Blasen sind über den Pyramiden aufgetaucht. Was ist denn da los? Haben Aliens jetzt das Stargate aktiviert? Bleibt unbedingt bis zum Ende dran, denn wir werden nicht nur klären, was es mit diesen Plasma-Blasen auf sich hat, sondern auch, was das Ganze mit dem Weltraum zu tun hat. Herzlich willkommen, Leute. Plasma-Blasen über den Pyramiden. Klingt wie der Anfang eines richtig schlechten Science-Fiction-Films, oder? Aber keine Sorge, niemand muss Brandon Fraser anrufen, um eine weitere Die-Mumie-Fortsetzung zu drehen. Die Realität ist mal wieder viel spannender als jede Hollywood-Fantasie. Bevor wir in die Tiefen der Plasma-Physik eintauchen, lasst doch direkt mal ein Abo für den Kanal da. Mein großes Ziel dieses Jahr sind die 300.000 Abonnenten und es fehlen gar nicht mehr viele. Ihr verpasst dann nie wieder spannende Science-Videos und könnt mir sehr damit helfen. Vielen Dank, Leute. Aber jetzt mal im Ernst, was genau haben chinesische Wissenschaftler nun entdeckt? Sie haben mit einem speziellen Radar namens La-Rit, das steht für Low Latitude Long Range Ionospheric Radar, riesige Blasen aus Plasma über den Pyramiden und den Midway-Inseln im Pazifik beobachtet. Und damit meine ich wirklich riesig, diese Blasen können einen Durchmesser von mehreren 100 Kilometern erreichen. Jetzt höre ich schon die ersten unter euch rufen, aha, Plasma, Pyramiden, das muss ja was mit Aliens zu tun haben. Schauen wir uns das mal genau an. Bei diesen Plasma-Blasen handelt es sich um ein Phänomen in der oberen Erdatmosphäre, genauer gesagt in der Ionosphäre. Die Ionosphäre ist eine Schicht, die sich von etwa 60 bis 1000 Kilometer Höhe erstreckt. Hier sorgt die energiereiche Strahlung der Sonne dafür, dass Atome ionisiert werden. Ihnen werden also Elektronen entrissen. Das Ergebnis ist eine Suppe aus geladenen Teilchen, die wir Plasma nennen. Ich muss dabei immer an Blutplasma denken. Mit Plasma-Spenden habe ich mir jahrelang mein Studentenleben finanziert, aber in dem Fall schwirrt dort kein abgezapftes Plasma aus meinen Venen herum, sondern geladene Teilchen. Die entdeckten Blasen werden als äquatoriale Plasma-Blasen oder EPBs bezeichnet. Sie entstehen normalerweise nach Sonnenuntergang in Äquatornähe, wenn sich Bereiche mit geringerer Plasma-Dichte bilden. Diese steigen dann wie Blasen in einer Lavalampe nach oben und können sich über weite Strecken ausbreiten. Der Wissenschaftsjournalist Darren Orff von Popular Mechanics beschreibt es so. Diese gut bekannten Weltraumwetter-Anomalien werden als äquatoriale Plasma-Blasen bezeichnet und treten in der Region der Erdatmosphäre auf, die als Ionosphäre bekannt ist. Hier trennt das UV-Licht der Sonne Elektronen von Atomen und bildet eine diffuse Schicht von Ionen, die sich von 50 bis 400 Meilen über der Oberfläche erstreckt. Was da genau über den Pyramiden los ist, erkläre ich euch direkt. Reisen wir vorher ganz kurz von Ägypten nach Italien. Ich war gerade auf Elba und habe die italienische Sonne genossen. Aber wisst ihr, was nicht so sonnig ist? Geoblockierte Inhalte. Stellt euch vor, ihr wollt abends das Bundesligaspiel streamen. Aber die Mediathek sagt, nur in Deutschland verfügbar. Das hat mir schon öfter die Laune im Urlaub verdorben. Zum Glück gibt es NordVPN. Mit einem Klick verbindet ihr euch mit einem deutschen Server und zack, ihr seht eure Lieblingssendung, als werdet ihr zu Hause. Geht natürlich auch andersrum, wenn ihr in Deutschland seid und ausländische Inhalte sehen wollt. Aber NordVPN ist mehr als nur ein Inhaltsentriegler. Es ist wie ein Schutzschild gegen Cyberbedrohungen. Das neue Feature Bedrohungsschutz Pro blockt Malware, Tracker und lässt die Gewerbung schneller als ein schwarzes Loch Licht verschluckt. Nutzt meinen Link nordvpn.com.astro-tim und kriegt einen galaktischen Rabatt plus 4 Bonusmonate. Mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie ist es so risikofrei wie ein Strandspaziergang auf Elba. Genießt eure Lieblingsinhalte überall im Universum, unterstützt gleichzeitig meinen Kanal, denn jede Anmeldung über meinen Link hilft mir sehr. NordVPN, euer Ticket für grenzenlose Online-Freiheit. Klickt auf den Link unten im angepinnten Kommentar. Und nun zurück zu den Pyramiden. Und wie haben die chinesischen Forscher nun diese gigantischen Plasmablasen entdeckt? Das LARID-Radar sendet starke elektromagnetische Wellen aus, die von der Ionosphäre reflektiert werden. Wenn diese Wellen auf eine Plasmablase treffen, wird das reflektierte Signal verändert. Die Wissenschaftler können diese Veränderungen messen und daraus Rückschlüsse auf die Struktur der Ionosphäre ziehen. So ein bisschen, als würde man mit einem riesigen Echolot die obere Atmosphäre untersuchen. Dr. Guozhu Li, Entschuldigung für meine chinesische Aussprache, Einer der leitenden Forscher erklärt den Prozess so. LARID nutzt Antennen und Sender, um hochfrequente elektromagnetische Wellen in die hohe Atmosphäre, genau genommen die Ionosphäre, zu senden und deren Verhalten zu studieren. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, Schön und gut, aber warum soll mich das interessieren? Ich habe doch gar keine Pyramide im Garten. Die Antwort ist, diese Plasmablasen können erhebliche Auswirkungen auf unser tägliches Leben haben. Sie stören nämlich Radiokommunikation und satellitenbasierte Systeme. Stellt euch vor, ihr seid gerade dabei, euren Lieblings-YouTube-Kanal zu gucken, also meinen, und plötzlich bricht die Verbindung ab. Schuld könnte eine dieser Plasmablasen sein. Die Erforschung dieser Phänomene ist also nicht nur für Wissenschaftler spannend, sondern hat auch praktische Bedeutung. Je besser wir verstehen, wie sich diese Blasen bilden und verhalten, desto besser können wir unsere Kommunikationssysteme darauf einstellen. Und das LARID-Radar ist dabei eben ein super wichtiges Werkzeug. Und macht euch mal die schieren Ausmaße dieser Entdeckung klar. Das LARID-Radar kann Plasmablasen in einer Entfernung von bis zu 9600 Kilometern erkennen. Die Forscher konnten Blasen über den Pazifik und Afrika gleichzeitig beobachten. Dr. Lian Huan Hu, einer der Hauptautoren der Studie, erklärt, die Ergebnisse zeigen, dass EPB-Unregelmäßigkeiten mit Reichweiten von bis zu 7000 und 9500 Kilometern von den Ost- und Weststrahlen von LARID beobachtet wurden. Das ist wirklich beeindruckend und öffnet ganz neue Möglichkeiten für die Erforschung der oberen Atmosphäre. Und jetzt wird es wirklich spannend, denn interessanterweise traten die beobachteten Plasmablasen während eines geomagnetischen Sturms auf. Solche Stürme entstehen, wenn die Sonne, besonders aktives und große Mengen geladener Teilchen, zur Erde schleudert. Diese Teilchen wechselwirken mit dem Erdmagnetfeld und können dabei auch Polarlichter erzeugen. Die haben wir in den letzten Wochen sogar über Deutschland sehen können. Schreibt mir mal in die Kommentare, wer die Polarlichter gesehen hat und vielleicht sogar hier bei mir im Stream dabei war, würde mich interessieren. Und das fördert eben auch die Bildung von Plasmablasen. Die Forscher konnten beobachten, wie sich die Plasmablasen in verschiedenen Richtungen zu unterschiedlichen Zeiten gebildet haben. Einige entstanden nach Sonnenuntergang, andere sogar kurz vor Sonnenaufgang. Und das zeigt, wie komplex die Prozesse in der oberen Atmosphäre sind. Dr. Guochou Li fasst es so zusammen. Die Ergebnisse liefern wichtige Erkenntnisse für den Aufbau eines Netzwerks von Überhorizontradaren in niedrigen Breitengraden in der Zukunft, das aus drei bis vier Überhorizontradaren bestehen könnte und die Fähigkeit hätte, globale EPBs in Echtzeit zu erfassen. Und es wird noch besser. Die Forscher glauben, dass man mit nur drei oder vier solcher Radaranlagen die Entstehung von Plasmablasen auf der ganzen Welt in Echtzeit verfolgen könnte. Stellt euch das mal vor, ein globales Frühwarnsystem für Störungen in der oberen Atmosphäre. Das könnte wirklich entscheidend dazu beitragen, die Zuverlässigkeit unserer Kommunikations-, Satelliten- und Navigationssysteme zu verbessern. Der beteiligte Wissenschaftler Dr. Hu, geschrieben H.U., unterstreicht die Bedeutung dieser Forschung für zukünftige Entwicklungen. Die erfolgreiche Beobachtung von EPB-Unregelmäßigkeiten vom Pazifik bis zu den afrikanischen Sektoren durch LARI demonstriert die Möglichkeit, die komplexen longitudinalen Variationen von EPBs über eine große Längenschwankung von 140 Grad oder mehr mit einem OTH-Radar zu überwachen, selbst während geomagnetischer Stürmen. Es ist also wichtig, sich klarzumachen, dass diese Plasmablasen nicht nur ein interessantes wissenschaftliches Phänomen sind, sondern eben tatsächlich praktische Auswirkungen haben können. Sie können zu Störungen in der Satellitenkommunikation führen und sogar GPS-Signale beeinträchtigen. In einer Welt, die zunehmend von Satellitentechnologie abhängig ist, könnte also ein besseres Verständnis und eine genauere Vorhersage dieser Phänomene von unschätzbarem Wert sein. Die Entdeckung zeigt auch, wie fortgeschritten unsere Technologie zur Erforschung der oberen Atmosphäre geworden ist. Noch vor ein paar Jahrzehnten wäre es absolut undenkbar gewesen, solche detaillierten Beobachtungen über so große Entfernungen zu machen. Das Larit-System ist wirklich ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie weit wir in der Atmosphärenforschung gekommen sind. Jetzt bleibt dir aber noch eine wichtige Frage. Was hat das mit den Pyramiden zu tun? Und wurde das Stargate geöffnet? Die ägyptischen Pyramiden dienten in diesem Fall als geografischer Bezugspunkt. Die chinesischen Forscher haben die Plasmablasen über dieser Region in Ägypten entdeckt. Die Entstehungsursachen liegen aber nicht in den Pyramiden, sondern in der Atmosphäre und im Weltraum. Schade eigentlich. Wäre ziemlich cool gewesen, wenn Ra sein Pyramidenschiff gelandet hätte, wie ein Stargate. Aber die wahre Erklärung und Forschungsgeschichte ist eigentlich sogar noch spannender. Denn wie irre ist das bitte, dass sie diese Beobachtung aus einer Entfernung von mehreren tausend Kilometern machen konnten? Und diese Forschung könnte uns nicht nur helfen, unsere eigene Atmosphäre besser zu verstehen, sondern auch Einblicke in die Atmosphäre anderer Planeten zu gewinnen. Wer weiß, vielleicht hilft uns das Wissen eines Tages bei der Exoplanetenforschung. Denn solche Plasmablasen existieren mit Sicherheit auch auf fremden Welten mit Atmosphäre. Exoplasmablasen auf Alienplanet. Ich sehe die Schlagzeile schon vor mir. Und wenn ihr es nicht verpassen wollt, sobald es soweit ist, lasst jetzt gern noch ein Abo da. Und nun reisen wir direkt mal zu den Aliens. Denn in der Alienforschung gibt es unglaubliche Neuigkeiten. Einige Wissenschaftler sagen, wir sind kurz davor, außerirdisches Leben durch Megastrukturen zu entdecken. Wenn ihr bereit für den First Contact seid, dann klickt mal oben rechts auf das angezeigte Video. Da habe ich euch alles dazu erklärt. Und wenn ihr unten links klickt, dann könnt ihr euch meinen galaktischen Rabatt bei NordVPN sichern und das gesamte Internet freischalten. Jede Anmeldung unterstützt meine Arbeit sehr. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute!